Ungeheuer guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einer weiteren Runde von Hexball mit Au, ich hab mir weh gecheckt Jerm, let's play Hallo Blaues Team, Blaues Team Blaues Team, Blaues Team Blaues Team, Roses Team So, wir, ähm, du bist das Blaue Team, weil du hast einen blauen Pullover an Und ich bin das Rote Team, weil ich hab Weil du bist grün Nein, äh, Rot ist die Komplimentärfarbe von, äh, von, äh, Grün, oder? Hast du kurz überlegt, oder wie? Ja, ich hab mir auch was überlegt, was, äh, was jetzt, warum ich das begründen kann Okay, los geht's, Leute, und go, go, go Okay, Manu, es geht direkt los, ne? Ja, wer ist dran? Ja, ich hab natürlich Anstoß, war doch klar, oder? Och, nee War doch klar, Manu Alter, wenn du jetzt, äh, ohne Legs irgendwie spielen, also ich hab grad keine Legs, aber es kann ja sein, dass man eine Lad hast, wenn da nicht geht Dann liegt es wirklich daran, dass man das Spiel hostet, ne? Aber die Lad hast du... Ich hab keine Ahnung, ich versteh, ich versteh nicht, wie sowas noch asynchron sein kann Im Leben Komm, oh, fuck Nee, nee, Manu Nee, Manu Oh, war das dumm Und ich werd dir jetzt zeigen, wer der Fußballspieler ist Oh, scheiße Und da macht er ihn rein Scheiße, ey Aber dafür bin ich jetzt dran Ja, ja Dafür bin ich jetzt dran, zu verlieren Ganz schön knipp, ey Ausgedribbelt Oh, nee, oh, nee, oh, nee Ich zeig direkt von vorne rein, jetzt, wo die Hakel ist, ne? Ja, okay Jetzt, jetzt, jetzt bist du dran Pass auf Oh, nee, ich mach das Nee, ausgedribbelt Scheiße Jetzt bist du dran Ja, und? Gegen dich Gegen dich gestoßen Eigentor Alter, Manu, ich zeig jetzt die Skills, oder? Ich zeig jetzt die Skills Ah, fuck, ey Ich dachte, ich wär der Fußballer hier Nee, nee Nee, nee Nee, nee, du bist der Minekräfter Ich bin der Fußballspieler Ich bin normalerweise auch nur Fußball auf meinem Kanal Ja, ich bin ja nicht die Mine Alter, leck mich doch Und? Was passiert hier? Was passiert hier, Manu? Oh Gar nix Was passiert hier, hä? Was passiert? Nein, nein Geht er rein? Doch, 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 doch Nein Nee, nee, Mann Nein Oh, so, fast ein Eigentor, der Krach Ey, das ist sich dein Ernst, ne? Oh, Manu Man kann einfach nicht mehr aufhören Guck, ich drück einfach die ganze Zeit Das bringt nichts Manu, heute Ich hab mir heute das Gefühl Podolski hat Äh, einen linken Fuß Nein, 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 nein Ey, geil, wir haben zusammen reingeballert Das war ein gutes Eigentor Oh, nee Ja, und schön dich weggedrängt, Alter Junge, was mach ich da mit dir? Junge, das ist die pure Zerstörung, was hier gerade stattfindet Oh, fuck Ja, genau, mach direkt noch ein Tor Ja, ja, klar, hab ich ja vor Oder mach du es für mich Oh, wie scheiße Oh, Manu Was passiert hier, was passiert hier? Ich bin aber richtig gut in einem Spiel Geworden Der hat wahrscheinlich acht Jahre lang geübt Nee, nee, ich hab wirklich Nur in die Aufnahme hab ich gespielt Ich hab das sonst noch nie gespielt Nur in die Aufnahme immer Nee, 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 nee Oh Ja, 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 ja Aber ich hab mich ein bisschen abgedrängt Du darfst, du musst gar nicht ja sagen, mein Freund Brauchst du gar nicht sagen Lass es einfach Wieder direkt aggro, ey Wirst du gar nicht sagen, Alter Scheiß Bastard Nein Oh, abgedrängt Oh, hat nicht geklappt Ey, du Arschloch Alter Nein, 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 nein Oh Oh Oh, was? Heidewitzka, ey Ja, wir machen hier keine Heimsachen, ne? Oh, oh Oh, ja, 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 ja Nein, scheiße Oh, was ist da los? Einfach 6-0 Alter Ja, danke auf jeden Fall Mir richtig viel gebracht Komm, ein Tor Boah, ich hab mich echt mal abgedrängt Nein, 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 nein Oh, Walu Oh, komm Oh, oh Oh, ist das, das Nee, fuck, Alter Kannst du abwenden Das ist doch nicht dein Ernst Das ist jetzt kein Freundschaftsspiel mehr, Walu Nee, ich hasse das Alter, jetzt geht doch Ich kämpfe gegen mich selber Ist es nicht so oft im Leben Kämpft man nicht mehr gegen sich selber als gegen die anderen Das stimmt, ja, das stimmt Ich ritz mich immer Nein, 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 nein Nein, 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 nein. Was machst du da? Ja, Tor! Junge, ich hab gedribbelt, gedribbelt, gedribbelt und dann BAM. Vor allem, ich dachte einfach, nee, das wird sowieso nichts. Ich kann jetzt hier nicht null zu null verlieren. Das wäre aber auch nicht mal schlecht. Das wäre richtig witzig. Vom, weil ich vor einfach voll gut war. Ja, du warst echt. Nein, ich hab Fehler gemacht. Wie kann man so scheiße sein wie ich? Ich weiß auch nicht. Oh, Mann. Manu, ich habe die kugelrunde Skills, Junge. Balls of Steel. Ach, trau dich. Ja, ja, mach ich. Hast du dich getraut, hat aber nichts gebracht. Komm. Oh doch, Manu. Nee, 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 nee. Jetzt mach doch rein, ey. Zöger doch nicht die Zeit noch raus, zöger. Oh, da bist du mal gefährlich nahe gekommen, aber das sollen wir direkt mal wieder abwenden. Gibst du, du hast nämlich neben Fußball gespielt und trainiert. Ja, ein Tor. Ja, da konntest du nichts mehr machen, ne? Nee, nee. Okay, naja, Manu, zwei Punkte noch. Wird er seine Ehre komplett verlieren oder? Was für Ehre. Komm. Oh, mach mir keiner. Mach mir keine Angst, mach mir keine Angst. Es wird nochmal knapp hier, glaube ich. Es wird nochmal richtig knapp hier. Ein Tor. Ja, komm, 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 komm. Nein. Nein. Boah, Alter, jetzt geh doch rein. Ich hasse dich, ne? Ja, da hab ich abgeblockt, ne? Da hab ich abgeblockt. Ja, und schon wieder, ne? Oh, fuck. Das bringt mir aber gar nichts. Zack. Junge. Okay, letztes Tor, Manu. Letztes Tor. Oh, Junge, jetzt geht's um alles, ey. Arrr. Das ist doch nicht wahr. Nein, nein. Oh, 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 oh. Oh, nee. Oh, nee. Oh. Komm. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Doch, 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 doch. Nee, nee, nee. Doch, 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 doch. Nein, 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 nein. Ah, shit. Oh, ich hab's voll. Ja. Nein. Da hat er noch ein Tor gemacht, der kleine Hund. Alter, das wäre fast 10 zu 9. Alter. Oh, 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 nee. Nee, 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 nee. Ich gewinn jetzt noch. Was ist los? Nein, Mann. Meine perfekte Siegesträde, Alter. Oh, nee. Nee, 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 nee. Oh, scheiße. Oh, ich dring dich weg. Ich treib dich ab. Und? Oh, nee. Nee, nee, nee. Einmal rein. Willst du einmal rein? Oh, ja. Geil. Nee, nee, nee. Nein, nein. Fuck, 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 fuck. Ja, nein. Nee, 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 nee. Er wird aber jetzt gut ab. Er ist verbissen. Er ist verbissen. Das letzte Tor, da ist er verbissen. Ich will einfach nicht ver... Oh, komm. Oh, scheiße. Geh da jetzt rein, du. Ach, nee. Los, los, los. Treib ihn an. Treib den Ball an. Kein Eintor heute. Nein. Oh, komm schon. Ich glaube, ich glaube... Wie lange hat jetzt dein letzte Tor verdauert, ey? Die Zuschauer denken, es ist jetzt sowas. Wird nochmal richtig spannend. Oh, nee. Oh, danke. Danke, dass ich so scheiße bin. Ja, kein Problem. Nein, nein, Manu. Manu. Oh. Oh, nee. Oh, wie kann man denn... Oh, oh, er hat geblockt. Nein. Junge, der war nice, oder? Das war ein richtig gutes Endtor. Alter. Ja, Manu. Ey, einfach... Einfach 10 zu 1. Oh, Mann. Und du hattest einfach jede Runde anstoßen. Jede verdammte Runde hattest du einfach anstoßen. Ja, bis auf beim letzten Mal. Ja, unser Raumlager ist auch sehr schön. Schwanz des Longes. Leute. Ach stimmt, sieht man ja. War nicht meine Idee. Nee, nee, nee. Man muss auch mal eine Zerstörerrunde abliefern. Die ist heute soweit gewesen. Boah, ist aber richtig heftig. Ja, Manu, es wird jetzt ein bisschen Zeit hier zu üben, ne? Und dann auf deinem Kanal gibt es dann eine Revanche, würde ich sagen. Ich wette, bei der nächsten Runde ist er dann wieder genau andersrum. Oder du bist einfach jetzt achtmal besser geworden. Keine Ahnung. Nee, ich weiß nicht, woran es lag. Also das letzte Mal, wo ich gespielt habe, war, wo wir zusammen zwei gegen zwei gespielt haben. Ja, da hat es aber auch total geleckt für viele. Ja, das stimmt. Aber falls ihr die Runde verpasst habt, da haben wir zwei gegen zwei gespielt. Also Manu und Adi gegen Tal und mich. Und wir haben halt zwei, das war auch super cool. Könnt ihr nochmal auf jeden Fall euch anschauen. Und ich habe irgendwie so das Gefühl bekommen, in dieser Runde, die wir da gespielt haben, habe ich total die Übung bekommen. Weil man immer sich wirklich mehr auf den Ball konzentrieren konnte, weil es wohl noch ein Teampartner da war. Keine Ahnung, ich weiß auch nicht genau, was ich da da war. Nee, nee, vor allem da konnte man wenigstens mal irgendwo hinspielen, in der Hoffnung, dass irgendwie der Teampartner was reißt. Und da, sobald du einmal den Ball weg hast und hinten keiner steht, ist der andere drin. Ja. Total doof. Ich würde einfach mal sagen, es war auf jeden Fall, man wusste bis zum Ende nicht, wer gewinnt. Es war einfach Spannung pur. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wie man so schön sagt. Ihr werdet wahrscheinlich auch gedacht haben, wer wird das machen? Boah krass, 9-1, schafft ihr jetzt die anderen neuen Tore? Das war ohne Witz. Ja, tut mir leid, dass es ein bisschen vorhersehbar war. Also ab, weiß ich nicht, 6-0 oder 7-0, keine Ahnung, aber ja. War es so ein bisschen offensichtlich, ja. Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe, glaube ich, die Gene wieder. Ja, dann wärst du ja direkt tot. Also dann hättest du das ja gar nicht geschafft. Doch, doch, ich habe die Fußball-Gene bekommen. Eigentlich dachte ich jetzt nur die Minecraft-Gene, aber jetzt habe ich die Fußball-Gene bekommen. Ich glaube, ich muss jetzt ganz dringend mal FIFA spielen. Genau, und eine Runde aufnehmen. Okay, Leute. Nie gespielt. Das war's von Hexball. Der Manu ist natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Schaut auch da vorbei. Heute Abend gibt es noch eine Runde Ender Games. Und dann würde ich sagen, haut einfach mal fett rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, in die Fresse von eurer Mutter. Tschüss. Tschüss.